willkommen zum sternen staub adventskalender aus dillbrecht herzlich willkommen zur 13 etappe wir sind also mit den weisen aus dem morgenland unterwegs zur oder in welche stadt ja ja wohin eigentlich wir sind dem stern gefolgt doch statt nach bethlehem sind wir nach jerusalem gezogen es war einfach unvorstellbar dass ein neuer herrscher in der provinz auf dem land in einer kleinstadt am a der welt geboren wird herrscher kommen aus hauptstädten akademiker aus akademischen familien und der jüdische messias aus jerusalem ja woher sonst diese lebenserfahrung hat uns innerlich und geistig träge gemacht und uns an den königshof des herodes geführt und damit ins vertraute aber falsche kein neuer könig hier und den alten haben wir jetzt auf die schlimme idee gebracht dass er konkurrenz bekommen könnte die worte die uns durch den kopf gegangen sind und die wir uns auch ein wenig schon mal selbst an den kopf geworfen haben waren sowas wie gut gemeint und schlecht gemacht haben wir dem neuen könig dadurch vielleicht sogar schaden zugefügt peinlich für uns neue hier dass es die alten eliten des alten königs sind die uns wieder auf den neuen weg bringen aus ihren alten schriften lesen sie dass christus in betelhem geboren werden soll ein stern als navigator etwas das in dieser welt leuchtet ist zwar spektakulär aber bisschen grob nicht ganz präzise ist diese offenbarung unser aufbruch ist beinahe ins leere gelaufen wenn nicht diese alten weisen männer aus ihren heiligen schriften uns darauf aufmerksam gemacht hätten auf das was wir übersehen hatten sicher sie würden wahrscheinlich selbst nicht aufbrechen und schon gar nicht in die ferne ziehen wozu auch sie haben sich eingerichtet in der vergangenheit oder in der gegenwart in der komfortablen gegenwart am königshof sie hatten sich vielleicht noch nicht einmal die frage nach dem ort der ankunft des zukünftigen messias gestellt haben vielleicht still gehofft dass er kommt wenn sie nicht mehr da sind aber wir sind jetzt hier und brauchen ihre hilfe wir die aufbrechen zum neuen aber unsere eigene weisheit war letztlich doch nicht weise genug unsere schlauheit nicht schlau genug und wie gut ist es wenn menschen ihre weisheit und ihr wissen von gott und seinem messias seinem sohn mit anderen teilen und es nicht für sich behalten welcher stern für uns menschen aufgegangen ist ein fröhlichen advent